Die Freude ist auf jeden Fall da, die Lust ist da, aber natürlich auch der Respekt, definitiv. Weil es sind ja viele Themen heute auf dem Bundestag angeklungen, um die sich der DFB kümmern soll, um die er sich kümmern muss. Wir brauchen eine gute Kommunikation und zwar nicht nur innerhalb des Fußballs, sondern auch darüber hinaus. Und deshalb glaube ich, dass das ein wichtiger Aspekt ist, dem man sich jetzt auch direkt zuwenden muss. Das Wichtigste für den DFB ist der Fußball, dass wir den Fußball wirklich wieder in den Mittelpunkt rücken. Und wir haben in den letzten Wochen und Monaten, vielleicht sogar Jahren, so viel über Funktionäre gesprochen und über Dinge, die jedenfalls nicht direkt mit dem Fußball zu tun hatten. Und es ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir die Chancen, die wir jetzt haben mit der Euro, mit der WM, mit der Frauen-WM, mit der Gründung des Campus, das sind alles Projekte, die beim Fußball einzahlen. Und das müssen sie auch. Und das ist mir, wie gesagt, das wichtigste Anliegen. Ich habe selber die Kraft des Fußballs sozusagen im eigenen Leib erfahren dürfen und möchte diese Kraft auch weiterhin nutzen, um ein Positives für die Gesellschaft zu bewirken. Wir haben jetzt 2024 auch die EM vor der Brust und ich glaube, wir müssen dieses Turnier auch als eine Chance begreifen, als Impuls und Motor sehen, eben das Gemeinwohl zu stärken, die großen Themen dieser Zeit, Nachhaltigkeit, Diversität, Teilhabe, Integration, einfach gemeinsam anzugehen. Und ich freue mich, dabei sein zu dürfen.